Bern, Hauptstadt der Schweiz, bekannt für führende Medizinaltechnik und Dienstleistungen, für eine hohe Lebensqualität. Und die Heimat von Bernafon, dem Schweizer Hörgerätehersteller. Hallo und Willkommen, mein Name ist Bernhard Beriswil, ich bin Leiter der Entwicklung bei Bernafon. Im folgenden Film erhalten Sie einen Einblick in unser Forschungs- und Entwicklungszentrum hier in Bern. Im Namen von Bernafon wünsche ich Ihnen einen angenehmen Besuch. Bei Bernafon entwickeln wir mit Begeisterung modernste Hörsysteme. Unsere Kunden geniessen in jeder Situation individuelles und authentisches Hören. Mechanik-Ingenieure entwickeln kleinste Einzelteile und Baugruppen für unsere Produkte. Unsere offenen Arbeitsräume ermöglichen eine persönliche Kommunikation und unterstützen Teamwork. Spezialisten vermarkten unsere Produkte weltweit. Kunden auf allen Kontinenten genießen einen individuellen Service. Die Liebe zu den Details treibt uns an. Wir setzen uns jeden Tag ein. Für einen echten Mehrwert unserer Produkte. Wir meiden keinen Aufwand. Persönliche Beziehungen sind uns wichtig, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen. Unsere Elektro-Ingenieure garantieren die Klangwiedergabe jedes Hörgeräts in höchster Präzision. Von Elektroakustik zu Softwareentwicklung. Mehr als 150 Fachleute leisten ihren Beitrag zu unseren Hightech-Produkten. Unsere Kultur ist geprägt durch direkte Kommunikation. Elektronik-Ingenieure und DSP-Spezialisten entwickeln die einzigartigen Funktionen unserer Hörsysteme. Geschulte Hörgeräteakustiker garantieren hörgeschädigten Menschen den vollen Nutzen unserer Produkte. Unsere Audiologen definieren die Kundenwünsche und validieren die neuesten Bernafon-Hörsysteme vor der Markteinführung. Weltweit ist Bernafon mit 18 Verkaufsgesellschaften und mehr als 70 unabhängigen Distributoren vertreten. Bernafon. Your Hearing. Our Passion.